und schon geht an die Zitze suchen siehst du aber da ist bestimmt mindestens noch eins drin weil die war eben noch so schwer wie ich die gepackt habe ich glaube schon dass da noch eins drin ist also vier wäre ein bisschen wenig für den dicken bauch den sie hatte so groß sind die gar nicht nein da ist noch eins hier da liegt noch eins ganz eindeutig da ist noch eins eins auf jeden fall noch ja wie gesagt man muss mal gucken es kann auch noch zwei sein weil die war noch die war noch ziemlich dick und die hat immer noch gut